Also wir haben keine Nachricht im Handy schonmal. Das ist schon mal toll. Ey, du spielst ja das Spiel erst seit ein paar Minuten und bist schon so verwöhnt hier. Ich hab hier so'n scheiß Hammer. Komm her, ihr scheiß Zombie! Ich bin in irgendeinem Lager hier. Der König kommt auf. Wer ist denn der König? Oder wann kommst du? Oh, ich bin aufgenommen. Denk langsam nochmal dran, dann weißt du's. Oh, ich hab meine erste Wummel gefunden. Ich bin schon mit zweitgesprochen. Oh, Untertitel. Ist das Spiel generell auf Englisch? Ja, ein bisschen das ist mal Deutsch und so. Also Menü ist bei mir auf Deutsch und manche. Jaaa. Also jetzt bei Grafikeinstellungen hast du ihn aber sonst egal. Oh, okay. Bestimmt gerade am Untersetzen. Wenn ihr im Arsch der Welt gespawnt habt, keine Ahnung was wir hier machen, doch? Ich gar nicht. Überhaupt nicht. Vielleicht ist das PvP. Das kann auch sein. Glaube sogar. Oh, fuck. Äh... Investigative Tastatur... Belegungs... rausfinden. Ich bin auch irgendwo, wo ich überhaupt nicht rauskomme. Oh, fuck. Äh, ne, oh geil. Ja, interessant. Das ist PvP. Sieht mir nach der PvP grad aus. Ja, die schießen gegenseitig ab. Oh. Ich weiß nicht, wo ich gespawnt bin, aber hier war keiner. Außer mir. Und ich hab erst mal 5 Minuten gebraucht, um da rauszukommen. Alter, Alter, was ist das? Ist das ein Diff? Warum lässt sich das so scheiße zielen? Das ist extra so. Unrealistischer Seite. Ja, aber wenn ich, wenn ich die Waffe habe, dann, äh... Also... Das... Problem ist... Äh... Wenn ich die Waffe nicht, äh, hier zum Ziel nehme, dann kann ich relativ gut zielen. Wenn ich das aber mache, dann kann ich überhaupt nicht zielen. Also... Dann geht die DPI extrem runter. Okay. Irgendwenn schreck ich mir gerade. Ja, das bin ich. Äh, aber... Ist das normalerweise... Ich dachte, dass das nicht, äh, Chainsaw war? Nein, das war ich. Ich bin gerade geschoben. Aber das ist doch scheiße, Mann! Nee, ich hab dich nicht getötet. Ich wurde von dir erschaffen. Alter... Ach... Du warst dieser komische schwarze Zombie da? Und du bist ein Zombie da? Ja, ich bin zu spät reingekommen. Ey, ich hab's... Äh, du musst die DPI auch für Ironside hochstellen. Äh, Ironside. Das ist ja eine Scheiße, Mann. Deswegen hab ich jetzt gegen irgendwen verloren. Den bring ich jetzt dafür um. Oh, ich hab jetzt bei so einem Typen gerade so viel Schuss gebraucht. Denkt dran, dass ihr euch hier auch selber töten müsst, ne? So andere Spieler. Ja. Ich habe eine Axt und damit die werde ich irgendwen mit dem Rücken rein umfangen. Ich hab nen verdammten Scheiß Hammer! Vorschlag gemacht! Und wer läuft denn da so auf mich? Dann macht doch nen Vorschlag! Mann! Was geht denn hier falsch? Was geht denn hier falsch? Ein Zombie! Und ich hab keine Chance! Das ist ein Überlebner wahrscheinlich nicht, oder? Dein Ernst? Ein Zombie! War fast da! Oh, wer hat mich jetzt erschossen?! Und, ähm... Ja, hallo! Ja, hallo! Wer bist denn du? Ja, hallo! Ja, ich stirb! Äh, nein! Ich hab keinen Kill. Also hab ich dich nicht erschossen. Wer macht denn diese komischen Geräusche hier? Ich hab mir eingegretten. Oder bin ich das? Nee, scheint so aus, ne Kakerlake. Ich bin wieder ein Mensch. Ja, jetzt sind wir, glaub ich, alle Menschen. Bei mir steht erneuter Verbindungsversuch zum Server. Kann sein, dass du rausgeflogen bist dann. Ach so. Da muss ich mal schauen, ob ich... Hör grad auf mich, du Drecksack! Nö, ich bin weggelaufen, als du auf mich geschossen hast. Hör auf, ey! Hör auf, ey! Hör auf, ey! Nimm da! Ich seh nicht durch, ey! Reguliert! Hör auf, ey! Boah! Das macht... Tot! Zombies! Ein Zombies! Ich weiß nicht, die sind hier, glaub ich, unsterblich gegen die normale Munition. Ja, das hab ich gef... Das Gefühl hab ich auch. Naja, ich wurde als Zombies schon erschossen. Du musst nur in den Kopf schießen. Ja, aber... Das Problem ist... Wenn du da in Ironside... Wo bist ihr euch grad tot? Das... Hörst du das nicht, wo das herkommt? Das ist keine... Doch, das hörst du. Irgendwo. Ich find das sehr komisch, wie die Zombies rennen. Also... Zombies? Was? Zombies? Kannst du nicht durch... Immer die Hände vorne. Ja... Hahahaha... Ich mach das Spiel! Bester Spielmodus! Hä? Der ist gut, der Spielmodus! Ja! König! Ich bin der König! Vier Kills! Äh, krass! Sind das auch die verschiedenen Waffen, die du hattest? Zum Kinder töten? Ja, am Ende. Aber davon hab ich grade... Also die Machete und die Pistole... Damit hab ich ja schon zwei Kills gegen gekriegt. Ey... Fuck, man! Da war Schatting da... Ooooooh! Der war doch so cool! Hat einer die Karte gemerkt? Weil das ist der Spielmodus. Äh, ja... Ich glaube, ich hab's noch offen. Und zwar... Cypress Park. Ja, mach mal an, nochmal. Und map nochmal. Warte mal kurz. Die waren schlecht. Das war cool. Ah, cool. Das ist so eine... Investiga... Nee, Alter. Keine Zombies werde ich gerade die Einstellungen mache. Wer seid ihr denn, Alter? Nee, Mann! Das gibt's nicht. Ready... Ach, das ist, äh... Aufpasskarte. Äh... Das hab ich auch in dem Trailer gesehen. Oh! Ich hab eine Schroffilte. Das ist die SIG Sauer. Wow! Ich hab mir direkt verstanden. Impressive! Okay, äh... You must enter the activated house and protect the survivors. Pay attention and listen for your ringtone to tell when to extract the survivors. Was war das letzte? Nein, Mann! Letzter Satz? Folgt mir. Das Handy weiß uns den Weg. Ja, das Handy weiß uns den Weg. Und seid ihr schon drin, oder was? Ich verbarrikadiere gerade in die Fenster, weil ihr ja noch nicht drin seid. Äh... Komm ich da nochmal durch die Tür? Oh scheiße, wir müssen hier irgendwie reinkommen. Ja, noch ist die Tür offen. Wo denn, wo denn? Das Problem ist, wir müssen hinten rum rein. Wieso? Ah, fuck, 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 fuck. Die ist auf Handy, ne? Wieso müsst ihr hinten rum rein? Alter, hinten rum kommen Zombies, hinten rum kommen Zombies! So, ich komm nur aufs Dach rein. Von mir aus ist alles dicht. Äh... Wie hoch, oder was? Naja, nehm ich an. Aber die kommen doch auch... Warte mal, lass mal noch höher. Ah, hier ist schon offen. Oh fuck, alter! Alter! Ey, ich... Ich muss nochmal... Was? Die spielen... Zombie spielen Scharfschützen? Nein, ich hab ein Scharfschüttengewehr. Ach so. Wo seid ihr? Ey Leute, es bringt nichts auf dem Dachboden zu sein. Unten stehen die Survivors. Ja, warte doch mal! Ich muss doch erstmal die Configs... Hier ist grad schon wieder irgendwer reingekommen. Ja, joh. Ah, hier ist noch einer. So, haus dich. Immer in den Kopf, ne? Ja, das ist nicht so leicht. Ach nee! Wie anders geht... Äh, wenn... äh... Ich... äh... Hinter dir. Also unten steht einer vor der Tür da. Wenn die Muni findet, überlegt mal, bevor sie ihn mitnimmt. Warum? Wenn die Muni nicht hat, das... Wenn die Muni nicht hat, das... Das ist ein Überlebender. Ich hab grad in den Kopf geschossen. Hier oben ist ein SMG. Wo? Äh... Äh... Ja hier... äh... Schau mal hier... Hier... Rechts, 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 rechts... Hier rein. Hier rein... Und da. Ja. Ja hier hab ich nicht. Das ist vielleicht die Muni nicht. Alter, was sind das für komische Geräusche? Ich hab mal einen der... äh... Typen zugetackert, ne? Einen der Survivors. Ja... Das fällt dir nicht ewig auf. Äh... Hier oben ist auch Muni... 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 Welche Waffe? Der muss weg! Woher soll ich denn das wissen? Ja... Ist das rote? Dann ist es 9mm. Nää... Das war gelb. Oh fuck. Aaaaaah... Aaaaaah... Disconnect! Aaaaaah... Chaos hat keinen Strom... Äh... Aber... Wo seid ihr? Also ich seh euch grad nicht auf der Karte. Ich versuch gerade wieder zu Keg zu kommen. Ja Leute, ich hab leider nur vollautomatische Waffe... Vollautomatische oder so... Ich hab auch ne... Ne Pistel und ne... Äh... 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 Wenn irgendwer irgendwas hat... Pistel und halb... Äh... Oder... Und ein SMG hab ich. Jo... Das liegt immer an Charakter, den man nimmt. Ich nehm immer die Medizinstudentin. Meine Taschen haben praktisch nicht. Was? Ja... Okay... Meine Taschen lassen mich. Ey... Äh... Zombie hier draußen. Kannst du dem nicht deine Marke zeigen? Hehehe... Ja... Die kommen... Alter... Hey... Ich muss immer noch erstmal die DPI einstellen. Das geht ja gar nicht. Hoppla... Ja... Machen kaputt! Ich hab ne Schrotflinte gefunden. Bring mal eine mit. Hehehe... Fangen wir weg... Ja... Ich bin auf dem Weg... Wo sitzen du? Oben links... Von dem Raum... Ey... Der hat auch ne Marke... Hier... Alter... Warum kommt der Zombie vom Dach? Ja... Frag ich mich auch gerade wo der kam. Ich mach das. Scheiße... Ich hab keine Muni mehr! Aaaaaaah! Ich hab dich nicht jetzt. Mach weg! Rinn hier! Rinn hier! Achtung! Da kommen noch welche! Noch zwei! Mit... Mit H... Und mit... J... Kann man Milizieren und... Da kommt noch einer! Und G... Kann man Waffe wegschmeißen! Mhm... Da kommt noch einer... Nur die Frage... Von wo komm ich? Lass mich mal durch bitte! Achso... Alter... Was geht hier ab? Die Tür haben wir kaputt gemacht! Aaaaah! Zombie, 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 Zombie! Tod! Oh... Hier oben! Ey... Die stapeln sich ja! Der Typ ist tot! Aber wir haben eigentlich ne Aufgabe, ne? Heheheheh... Ja, wir müssen nur Typen beschützen! Für... Für Zeit, oder was? Hier oben nicht... Der Schlepp ist... 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 Er ist... Der Schlepp ist... Sicher? Alter! Er ist nicht die Survival... Ich hab dann 4 gefunden... Das Problem ist, ich muss, glaube ich, erst mal die... Ich habe überhaupt keine Munition. Ah, hier liegt noch eine Waffe. Wie kann ich dir die Waffen ablegen oder wegwerfen? Geh! Geh! Okay, danke. Achso, hier vier... Ich habe mal eine Nachricht, gleich! Ja, guck auf den... Ja, wir müssen hier bleiben. Ey, what the fuck? Jetzt wechsel mal hier zu einer Waffe. Oh, habe ich jetzt keine... Ey, warum wirft er denn die Waffen weg, die irgendwie noch Munition haben? Ich bin eine Kakerlake. Ich bin eine Kakerlake? Oh, krass. Was mache ich jetzt? Gar nicht. Da guckt gerade rein, da. Da guckt gerade rein, da. Warten wir einen Moment, wenn ich die... Sag mal... Ne, wir müssen immer einen Schritt nach vorne, du kriegst an dem Tor keine Nachricht. Du musst erst immer erst... ...a paar Schritte nach vorne und dann warten. Ich habe übrigens die Idee, dass wir zu viel Lärm gemacht haben, dass die deswegen gekommen sind. Ja, das ist auch recht gut. Ja, ich habe aber was... Wenn wir dich sehen, kommen die aber auch. Lass uns los. Wie können wir die denn treten oder so? Mit V. So, jetzt sind wir aber in einem richtig hübschen Häuschen, muss ich sagen. Ich bin am Arsch der Bilder von vorne oder so. Ja, und ich bin hinter dir, Mark. Ich... Folge dir. Ich... Folge dir. Doch gleich da, gegenüber. Der Vf ist da. Hinter dir, hinter dir. Hinter mir. Oh ja, der klettert erstmal aufs Dach. Links neben dir. Ja, ja. Rechts auch. Okay. Ey, ich kann nicht mehr sprinten. Scheiße! Hallo, hallo. Was? Hallo, hallo? Hä? Ah, okay. Kommt rein! Und hört auf, die ganze Munition mit einem Zombie zu ballern. Ja. Oh, was habt ihr denn für eine Versammlung? Bitteschön! Kann ich die Mikrofon sehen? Oh. Ich wusste gar nicht... Ich wusste gar nicht, dass... Was macht ihr denn? Was machst du denn selbst? Haben wir... Haben wir... Haben wir Voice-Activation... Angestellt automatisch? Irgendwer... Also... Es gibt irgendwo einen Knopf dafür. Ja, Pushton. Ich bin tot. Ich hab's erwischt. Red ist ein Verräter. Red ist für die Anderen. Ja, wenn ihr die Jutsu macht, dann... Ja, das ist ein Wunder. Und dann nimmst du dann auch die Tür. Vor der Eingang ist sobald da die ersten drei, vier Leute reingelaufen. Ja, das stimmt. Euch ist immer noch bewusst. Stellt euch zum Survivor. Brauchen wir uns nicht im letzten Eckchen verstecken. Ja, ich hole die erstmal... Ich hole die erste... Boah, die Aktion ist ja mal richtig geil. Sie lässt sich zurücklaufen. Zurücklaufen. Das Problem ist, sind hier oben überhaupt Survivor? Weiß ich nicht. Obnehm ich nicht. Stellt euch mit euch nur alle in den Weg. Yep. Oh, hier ist jetzt grad echt unwissig, vielleicht sind wir hier oben. Nein! Hört mich doch nicht an! Er hat das Spiel schon verlassen. Er hat schon keinen Bock mehr gehabt. Oh, oh, oh. Ja, dann macht mir mal hier euren Autostanz, Alter. Ich bin raus. Hier unten ist übrigens der Survivor, auf den wir rauspassen. Oh, Red verpitz dich. Ah, cool, ich kann heilen übrigens. Oder? Ne, ich kann nur mich heilen. Ich bin schon mit vorhin. Ich hab ne Piñata zerstört! Was, die geht nicht kaputt? Warte Piñata, ich schlag da mit ne Acht drauf. Ach so, das ist unser Typ. Boah, da kommt doch einer. Ich bin tot. Hinter mir ist ne Tür aufgegriffen gewesen. Also, oben ist jetzt auch offen. Ja, oben ist schon die ganze Zeit offen, weil die übers Dach kommen. Aber wir müssen ja auch nicht hoch. Wir haben unten die ganzen Survivor alleine stehen lassen. Dann sind die jetzt tot. Doch sind die nicht tot, aber... Aber die fressen hier unten irgendwas. Ja, ich mag. Ey. Ey. Ein Duell gegen nen Zombie im Nahkampf. Gar kein Problem. Ja. Mit meiner Acht. Ey, ich hab überhaupt keine Munition mehr. Kickt euch doch mal hierher. Ausgedribbelt. Ach verdammt. Der Kekrüche ist mal wieder überlebt. Wenn ihr hier sonst beschissen und scheiß pinget, der ist besser. Okay, der Weg ist klar. Ah, mit H siehst du deine Waffe. Also die Munition meine ich. Mit was? Mit H. Und mit J kannst du unverbrauchte Munition abwerfen. Ja. Ja, das ist die Waffe schon. Die wirft mal ne Waffe weg. Mit G kannst du das Menü öffnen dazu. Gut. Oben liegt ein Snipergewehr mit 4 Schuss. Oben steht ein Typ, auf den wir auspassen sollen. Was ist denn Graffiti-Logo? Ich höre mich erst mal ein Bretter. Es gibt hier Graffiti-Logos? Ja, hier steht als... Also kannst du belegen. Habe ich jetzt gerade gemacht, schaue ich mir gleich mal an. Ja.